Wir wollen allen Menschen und vor allem den Politikern unsere Umweltprobleme bewusst machen. Dafür werden wir laut und gehen auf die Straße. Deshalb fordern wir eine intensivere Nutzung erneuerbarer Energien und einen Kohleausstieg bis spätestens 2030. Denn wir wollen eine Zukunft der Braunkohle. Jeder Deutsche verbraucht jährlich 35 Kilo Plastikmüll. Deshalb fordern wir eine deutliche Reduzierung des Plastikkonsums. Alle zwei Minuten werden 35 Fußballfelder abgeholzt. Wir müssen uns bewusst werden, dass Abholzung 15% unseres CO2-Erstoßes ausmacht.